Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nerd News und heute gibt es mal wieder ein interessantes Hardware Thema, denn Nvidia hat gestern ganz schön den Grafikmarkt umgekrempelt und wird damit definitiv die Grafikqualität einiger Spiele für die Zukunft, naja, schon ganz schön beeinflussen, denn die Preise sind echt krass. Aber wenn ihr zukünftig Spiele spielen wollt, schaut mal unten bei meinem Partner instantgaming.com vorbei, die haben nämlich ausschließlich legale Keys und das für wesentlich günstigere Preise als der normale Retailpreis und ansonsten Links unten in der Beschreibung und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Starten wir doch erstmal mit der Nvidia Präsentation gestern und die dürfte durchaus interessant sein für einige, die vor allem die letzte Generation gekauft haben. Denn Nvidia hat gestern seine neue Ampere Generation vorgestellt und die hauen ganz schön rein die Karten und nicht nur die Leistung der Karten haut rein, sondern auch der Preis. Denn die kleinste Karte, die Nvidia RTX 3070 kostet 499 Dollar und ist laut Nvidia so schnell wie eine 2080 Ti, die vorher 1259 Euro gekostet hat. Und diese 499 Dollar sind dank des guten Euro-Wechselkurses gerade bei 499 Euro in Deutschland und 549 Euro in Österreich. Und das ist ganz schön deprimierend für die Leute, die jetzt noch ihre alten Karten loswerden wollen. Denn auf Ebay geht gerade der Preiskampf los und teilweise kriegt man da eine 2080 Ti für 400 Euro. Und das ist schon eine krasse Nummer. Wenn ihr damit leben könnt, dass die 3070 ungefähr 3 GB weniger RAM hat und damit irgendwie ja auch nur bedingt 4K fähig ist, aber ihr vielleicht gar keinen 4K Monitor habt, dann ist das die perfekte Karte für euch. Denn so viel Leistung gab es noch nie fürs Geld. Auch wenn ein bisschen mehr Strom dabei verbraucht wird. Aber es gibt noch zwei weitere Karten und zwar die 3080 und die 3090. Und die 3080, was soll man sagen, ist ein absolutes Preis-Leistungs-Monster. 699 Euro wird die kosten, hat aber so viel Leistung wie zwei normale RTX 2080. Und Digital Foundry hat das auch schon mit normalen Spielen getestet. Leider nur so ein bisschen angeteasert, aber man sagt, wenn eine 2080 Ti ungefähr 100% Leistung bringt, dann bringt die neue 3080 180% Leistung. Was ungefähr dem entsprechen würde, dass sie doppelt so schnell ist wie eine 2080. Und das ist ein wahnsinniger Leistungssprung. Wer allerdings nicht genug kriegen kann, der kann sich jetzt den Titan-Nachfolger holen. Die 3090, die kommt mit satten 24 GB Grafikspeicher, kostet dafür aber auch 1499 Euro, beziehungsweise in Österreich wieder 50 Euro mehr. Allerdings ist die schon Wahnsinn, denn die ist knapp doppelt so schnell wie eine 2080 Ti. Wenn ihr euch denn die Stromkosten leisten wollt, aber naja, Hobbys sind ja nicht immer günstig. Denn mit 350 Watt Verbrauch müsst ihr manchmal rechnen in Leistungsspitzen. Aber was soll man sagen? Niemand hat damit gerechnet, dass Nvidia die Preise jetzt bei der neuen Generation so drastisch senkt. Auch nicht die 2080 Käufer. Und ja, auf die 3080 bin ich auch sehr gespannt. Die wird nämlich 10 GB Grafikspeicher haben. Aber durch das optimierte Herstellungsverfahren wird man da wohl noch einiges rausziehen können. Denn, wow, damit habe ich so kurz vor dem Konsolen-Launch nicht gerechnet. Aber kommen wir mal ganz kurz zur Software-Sparte und es geht wieder voll in den Konsolen-Fokus. Denn tatsächlich wird es eine neue Ubisoft-Forward-Show geben. Und zwar am 10. September um 18 Uhr wird es soweit sein. Was Ubisoft da vorstellen wird, wissen wir noch nicht. Aber ich bin schon gespannt, ob es eventuell den einen oder anderen Titel für den Nintendo Switch geben wird. Auch wenn ich es ehrlich gesagt bezweifle. Aber ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Und natürlich werden wir uns das Ganze auf twitch.tv slash nerdovernews zusammen angucken. Ja, was soll man sagen? Die Xbox Series S, also die kleine Version der Xbox Series X, gibt es ja schon die Gerüchte, seitdem es die andere Konsole gibt. Oder schon weit davor. Und irgendwie hat sich Microsoft noch gar nicht dazu geäußert. Vielleicht will man ja so einen Preisbrecher rausbringen oder ähnliches. Allerdings muss man auch dazu sagen, ob die Konsole Sinn macht, weiß ich derzeit noch nicht. Und ob es die Entwickler einschränkt und so weiter. Das muss man dann alles sehen, wenn es soweit ist. Allerdings gibt es neue Hinweise auf diese Konsole. Denn tatsächlich gibt es jetzt nicht nur den Hinweis auf den aktuellen Xbox Series X-Controllern. Die haben ja eine Anleitung dabei und das steht auch kompatibel mit Xbox Series X slash S. Sondern es gibt jetzt auch den Hinweis auf den neuesten Game Pass Vouchern, die den aktuellen Xbox-Controllern beiliegen. Und auch hier steht mittlerweile drauf, dass die kompatibel sind mit der Xbox Series S. Also, dass diese Konsole kommen wird, sollte so gut wie sicher sein. Allerdings weiß noch niemand, wie die aussehen wird. Ziemlich sicher ist man sich allerdings, dass die Konsole kein Laufwerk haben wird und ja, auch wesentlich weniger Leistung. Aber halt ein günstiges Einstiegsgerät sein soll. Was mich halt bloß wundert, es wird immer noch von 4 Teraflops gesprochen, was einfach unter der Xbox One X liegt. Ich hoffe jedenfalls, dass man zumindest die Leistung der One X aufgreifen wird. Aber es gibt auch noch weitere Hinweise zur neuen PlayStation 5 und auch hier müssten wir eigentlich endlich mal Details erfahren. Denn so weit ist es nicht mehr. Wir haben Anfang September und die Konsolen sollen laut den Gerüchten Anfang November erscheinen. Zumindest bei der Xbox ist vom 6. November die Rede, aber das ist nur ein Hinweis nebenbei. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wann kommt die PlayStation, welche Preise müssen wir bezahlen und so weiter und so fort. Aber es gibt einen weiteren Hinweis, dass definitiv auch die PlayStation 5 auf einen optischen Audioausgang verzichten wird. Und das kommt nicht irgendwie von Liga XY, der Twitter-Account vor drei Tagen erstellt hat, sondern tatsächlich von dem Headset-Hersteller Astro. Und die sagen tatsächlich, wenn ihr die neuen Astro-Headsets mit einem optischen Ausgang verwenden wollt, dann braucht ihr einen passenden Splitter dazu, den natürlich Astro mitverkauft. Also bei der Xbox Series X und bei der PlayStation 5 wurden die optischen Ausgänge eingespart. Das ist natürlich für Audio-Fans eher negativ, aber HDMI hat die letzten Jahre gut aufgeholt. Problem ist halt bloß, wenn man älteren Receiver hat, dann wird man wahrscheinlich auf Probleme stoßen, denn die haben ja noch ältere HDMI-Standards. Aber sonst habt ihr den optischen Ausgang verwendet? Lasst mal eure Meinung unten da. Aber noch eine weitere interessante Meldung zur PlayStation 5 gibt es, denn tatsächlich ist das PC-Geschäft für Sony ein ganzer Erfolg. Death Stranding und auch Horizon Zero Dawn haben sich verdammt gut verkauft auf dem PC und das war natürlich eine Testfahrt sozusagen. Und Sony sagt jetzt, ja, wir werden auch weiterhin den PC unterstützen, denn das lohnt sich für uns und wir werden auch weiterhin mehr Studios einkaufen. Man ist wohl mit vielen Studios in Gesprächen für die PlayStation 5 und ja auch für den PC. Ob es so bleiben wird, dass die Spiele ein oder zwei Jahre später kommen oder ähnlich wie bei der Xbox dann parallel rauskommen werden, das steht natürlich noch nicht fest. Aber ich gehe davon aus, dass Sony erstmal eine Exklusiv-Strategie fahren wird, dass man die Spiele zuerst auf der PlayStation 5 bekommen wird und dann irgendwann mal für den PC. Interessant, wie sich der Konsolenmarkt mittlerweile ändert. Aber wenn wir jetzt noch mal zurückspringen auf das erste Thema bei Nvidia, die Leistungsfähigkeit der neuen RTX-Karten ist schon ein Riesensprung und dagegen sehen die Konsolen schon fast wieder so ein bisschen alt aus. Aber nur, wenn man natürlich von den theoretischen Teraflops ausgeht und die sagen nun mal nicht allzu viel aus. Nintendo hat es getan. Ja, Nintendo hat klein beigegeben. Und wer sich jetzt fragt, wobei denn? Vor kurzem konnte man ja im eShop vorbestellte Titel nicht zurückgeben. Das heißt, alles was ihr vorbestellt habt, musstet ihr dann auch wirklich nehmen. Also das hieß, ihr wart daran gefesselt. Ihr habt das Geld ausgegeben und wenn es dann schlechte Wertungen gab, dann konntet ihr das Spiel nicht mehr zurückgeben. Das hat jetzt Nintendo tatsächlich für Vollversionen und DLCs endlich geändert. Und das ging nicht von einem Gerichtsbeschluss aus oder so, denn das hat Nintendo tatsächlich gewonnen. Sondern da hat man sich wohl gedacht, wir hängen da wohl der Konkurrenz ein bisschen hinterher. Ja, so wie Nintendo Online halt. Aber ist doch schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ab sofort könnt ihr die Titel dann im eShop auch wieder zurückgeben, falls sie euch denn doch nicht gefallen. Und ja, ich finde das richtig und auch wichtig, denn man will natürlich nicht die Kunden an andere Plattformen wegen so einen Lapparien verlieren. Gerade bei Drittherstellertiteln, die schon besser auf den anderen Plattformen laufen werden, aber halt nicht mobilspielbar sind, ist es schon ein entscheidender Punkt. Und dafür Daumen hoch, Nintendo. Und jetzt kommt nochmal was, was sehr doll wehtun wird, denn Paper Mario and the Origami King hat offensichtlich mal mit einem XP-System geprobt. Es sind jetzt tatsächlich Hinweise im Quelltext des Spiels aufgetaucht. Einige haben den mal wieder auseinandergenommen und ist bestimmt auch alles ganz legal passiert. Aber es gibt da tatsächlich eine interessante Zeile und die nennt sich Battle Win EXP. Und dieser Wert steht auf Null. Offensichtlich hat man bei Paper Mario and the Origami King damit mal wirklich rumgespielt und hat geguckt, ob sich das wieder lohnt. Aber ich gehe auch davon aus, dass diese Engine, die man jetzt verwendet hat, und das Spiel ist ja nun mal relativ hübsch, das kann man denen nicht abnehmen, auch für den nächsten Teil verwendet wird. Und vielleicht ist das auch schon eine Vorbereitung, wieder alte Sachen zu implementieren. Wäre ja auf jeden Fall nicht schlecht, denn viele Leute sind ja immer noch sehr, sehr unzufrieden mit Paper Mario. Aber ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das denn in Zukunft ergeben wird. So, da sind wir jetzt aber wieder am Ende dieser Nerd News. Aber noch nicht ganz, es gibt noch einige Themen, die wir besprechen müssen und die kommen jetzt in der Übersicht. Resident Evil bekommt nicht nur einen Nachfolger als Videospiel, sondern tatsächlich auch als Serie auf Netflix. Vorher sind acht Folgen geplant und die handeln von den Wesker Schwestern. Also das heißt, im Grunde genommen, den Kindern von Albert Resker, die kommen nach New Recon City und werden da einiges erleben. Ich bin echt gespannt auf die Serie, die kann ja eigentlich nur besser werden als die Filme. Es gibt wieder neue kostenlose Spiele für alle PlayStation Plus-Member. Und zwar diesen Monat tatsächlich PlayerUnknown's Battleground und Street Fighter V. Insgesamt sind die Spiele 50 Euro wert, also lohnt es sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Aber auch die Xbox wird natürlich nicht vergessen werden. Und zwar gibt es Tom Clancy's The Division 1 vom 1. September bis zum 30. September. The Book of Unwritten Tales 2 vom 16. September bis 15. Oktober. Und natürlich nochmal abwärtskompatible Spiele. The Blob 2 vom 1. bis zum 15. September. Und Armed and Dangerous vom 16. September bis zum 30. September. Crash Bandicoot 4 bekommt tatsächlich noch mehr Level als gedacht. Denn es wird die sogenannten Flashback Level geben. Und die bringen euch noch vor den ersten Teil, sind unter anderem bockschwer, also wirklich nur was für Profis. Und ihr könnt noch Challenges darin machen. Ihr habt nämlich nur ein Leben und müsst VHS-Tapes sammeln. Wenn die Level verloren werden, sind sie vorbei. Also wirklich ein Flashback in die 90er. Endlich mal eine sinnvolle Änderung in Dragon Ball Fighters. Denn jetzt werden Leute, die den Online-Kampf vorzeitig beenden, bestraft. Bis zu einer Woche Sperre gibt es. Und bei Wiederholungstättern kann es sogar sein, dass ihr endgültig gesperrt werdet. Und ich finde, das sollte jedes Spiel von Anfang an einführen. Es kann nicht sein, dass Leute einfach die Spiele abbrechen und damit die Punkte im Grunde genommen nicht verlieren. Sonic the Hedgehog. Ja, was soll man dazu sagen? Irgendwie hört man gar nichts mehr von dem kleinen blauen Igel außer dem Film, den ihr jetzt immer noch im Kino gucken könnt. Denn der ist tatsächlich wieder darin zu finden. Dieses Mal geht es allerdings um das Jubiläum des Eagles. Denn das sollte ja dieses Jahr auch irgendwann stattfinden. Allerdings war da nichts wirklich mit stattfinden. Jetzt wird wohl laut einigen Tweets von Sega die Vermutung laut, dass das Jubiläum auf nächstes Jahr verschoben wird. Wir dürfen gespannt bleiben. Kleine aber geniale Erfindung. Es gibt jetzt einen Pinball-Controller für alle Pinball-Fans auf der Nintendo Switch. Der kleine YouTube-Kanal, der das gemacht hat, der bietet euch dieses Modell auch zum Ausdrucken an. Das heißt, ihr könnt da jederzeit das Ding nachbauen. Wenn ihr denn noch einen Fernseher übrig habt, der euer Pinball-Feld ersetzen will. Das war es dann auch schon. Die Nerd-News ist wieder mal vorbei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ja, bitte den Daumen nach oben und ein Abo dalassen, falls ihr neu auf dem Kanal hier seid. Vielleicht schaffen wir ja dieses Jahr noch die 70.000. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.